Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne den Wizard von Nixi vorstellen. Wie mal ein kleines Unboxing-Sock. Ich habe ihn schon ausgepackt. Ich werde euch ein bisschen was zu den Funktionen zeigen, bis wie das Ganze abläuft. Und ja, da würde ich sagen, starten wir mal. Und ich habe das gute Ding schon direkt in den Handheld-Modus gepackt, Leute. Und so sieht der aus. Guckt euch dieses geile Teil an, Leute. Es ist ohne Mist. Ich feiere es übertrieben krass. Es liegt super gut in der Hand. Also für alle, die mal einen Nintendo GameCube Controller in der Hand hatten, ist das Ding wirklich super gut. Kamera bleibt so scharf. Also man kann ihn richtig gut schön greifen. Wir haben hier alle Tasten. Wir haben alles, was im Prinzip eine Switch braucht. Und sogar noch viele krasse Bonis mehr, Leute. Also abgesehen davon, dass wir einstellbare Rückentasten haben. Wir haben eine Turbo-Funktion. Wir haben beleuchtete Tasten. Also wenn wir hier zum Beispiel reingehen und machen die Switch zum Beispiel mal an, dann sehen wir auch, dass wir beleuchtete Tasten haben. Also man kann im Dunkeln zocken. Man kann es nebenbei auswarten, wenn man das stören sollte. Ihr könnt viele Sachen einstellen, wie auch zum Beispiel die Vibrationen. Ihr könnt, wie gesagt, das Leuchten ausschalten. Ihr könnt sogar, obwohl es original ist, Leute, seht ihr das hier, dass das so eckig ist. Das sind so Ecken drin. Diese Ecken könnt ihr sogar austauschen und könnt die durch Runde ersetzen. Da ist Prinzip für Autorennspiele, dass man so ein bisschen besser in die Kurven fahren kann. Ist sogar das Runde dabei. Aber ich habe ja den Vergleich dabei, Leute. Nämlich ein Original. Also die Nintendo Switch-Variante. Und wenn wir uns die mal angucken. Ja, also man sieht auf jeden Fall, wo es her ist. Eindeutig. Und sogar diese eckigen Sachen hier, die waren hier auch schon eckig. Also das war sogar damals schon, falls jemand das sagt. Richtig gut. Wie gesagt, Materialmessor, der fühlt sich sehr hochwertig an. Muss ich wirklich sagen. Also er fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Vom Material, das kann man halt jetzt schlecht hier wiedergeben. Aber er fühlt sich nicht billig an. Er ist richtig schön fest. Er ist griffig. Auch die Tasten. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber sie drücken sich wirklich richtig, richtig gut. Auch die Schultertasten sind, ich glaube für Shooter sogar ganz praktisch. Weil, seht ihr das? Die sind ganz kurz nur, die musst du nur leicht antippen. Und man drückt schon die hinteren Tasten. Genauso wie halt auch diese Tasten hier. Das Ganze ist einstellbar. Ihr habt hier richtig viele Funktionen, Leute. Ihr habt eine Turbo-Funktion. Für Beispiel Pokémon-Spiele sehr interessant. Für auch andere Spiele super interessant. Wo ihr einfach hingehen könnt und könnt eine Tasse dauerhaft drücken. Ich zeige euch das gleich wieder, wie das Ganze abläuft. Wir gehen jetzt mal hin. Und ich werde das Ganze jetzt hier mal euch vorführen. So, wir haben hier mal zum Beispiel einen Kampf ausgelöst. Und ihr wollt, dass ihr automatisch den Kampf jetzt durchlaufen lasst. Die ganze Zeit, ja. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Pokémon-Kar, ist nicht so schlimm. Aber ihr geht jetzt hin und drückt dann die Turbo-Taste, die ist hier unten. Und die Taste zweimal. Und ihr seht jetzt, erstens oben blinkt es. Zum Blinken komme ich gleich. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass das Pokémon, also das Spiel jetzt automatisch, die A-Taste die ganze Zeit einfach durchspammt. Seht ihr, zack. Und die wird wieder gedrückt. Klar, es ist eine Attacke, die jetzt hier keinen Sinn ergibt, Leute. Weil das jetzt ewig dauert. Aber im Prinzip, es läuft automatisch durch. Und hier oben seht ihr durch das blaue Blinken, wie schnell der drückt. Das ist die Drückanzeige, Leute. So schnell drückt der die ganze Zeit jetzt so gesehen. Ah, ihr könnt das Ganze reduzieren. Ja, es gibt drei verschiedene Stufen. Die könnt ihr einstellen. Da könnt ihr das Ganze, wie gesagt, euch anpassen, wie ihr drauf Bock habt. Könnt das Ganze auch resetten. Also, das geht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Einfach jetzt hier, zack. Und dann seht ihr jetzt, blau leuchten. Das ist so gesehen weg. Und dann ist jetzt die automatische Taste wieder draußen. Es war einfach nur ein kleiner Knopfdruck. Hier, zack, zack. Und ihr seht, automatisch läuft es durch. Und jetzt ist es wieder weg. Leute, ihr könnt aber auch Tasten auf der Rückseite belegen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ihr wollt gewisse Tasten nicht auf der Vorderseite drücken, könnt ihr sie auf dem kleinen Finger hinten drücken. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ja. Wir drücken Y, ist ja die Karte aufmachen. Aber ihr wollt das vielleicht nicht. Warum auch immer. Drückt ihr hier die Taste, dass es oben blau leuchtet. Drückt Y. Ja. So. Und dann, wenn wir jetzt in Zukunft auf Y drücken. Also im Prinzip jetzt die hintere Taste. Dann drückt sich Y. Dadurch ist jetzt im Prinzip, die Taste geht hier vorne immer noch. Aber sie geht auch hinten drücken. Und das ist richtig geil. Das sind einige Funktionen. Ihr könnt damit super viel machen. Was man dazu sagen muss. Ihr habt eine Anleitung dabei, Leute. Ist nicht groß, aber sie ist dabei. Und diese hat auch komplett deutsche Texte. Ja. Das heißt, ihr könnt das komplett selber nachlesen. Jede Funktion nachlesen. Wie alles funktioniert. Wie die Turbo-Funktion. Wie alles funktioniert. Könnt ihr ganz einfach selber rausführen, Leute. Ich muss sagen. Ich feiere sie. Es gibt ja noch andere Controller von Nixi. Zum Beispiel auch diese hier. Der Hyperion. Die hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. In einem separaten Video. Auch diese kann man ja im Prinzip abmachen. Und kann sie als Joy-Con benutzen. Und das geht natürlich auch bei den Wizard. Ja. Wenn wir die hinten raus machen. Seht ihr. Zack. Einmal kurz hier raus. Zack. Einmal kurz raus. Und dann haben wir hier so ein separates Pad. Das haben wir. Einmal ganz kurz dann hier reinstecken. Zack. 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 Und ihr könntet natürlich auch das Ganze jetzt als Controller nehmen, Leute. Und auch hier. Sehr geil. Fühlt sich super gut an. Also ich muss ehrlich gestehen. Als Controller würde ich ihn sogar auch spielen. Also so. Oder mein Verhältnis vielleicht zum Pro Controller. Ja. Ist noch ein bisschen die Größe. Aber es ist relativ ähnlich. Ah. Dicke natürlich ein bisschen dicker. Weil ist ja auch der andere Griff. Und wie gesagt. Wenn wir jetzt nochmal zum originalen Controller. Das Verhältnis ziehen. Ja. Es ist schon ähnlich. Muss ich wirklich sagen. Klar. Ihr braucht ein paar mehr Tasten, Leute. Weil ihr habt aber auch sonst alle wichtigen Dinge. Ihr habt die Home-Taste. Wir haben den Screenshot-Button. Wir haben die beiden Tasten. Wie gesagt. Hier oben. Wir haben natürlich der frühere C-Stick. Für die Kamera ist natürlich immer noch. Nur jetzt ein bisschen größer. Der war ja früher immer hier so ein Liner-Stick. Ja, Leute. Ich muss ehrlich gestehen. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblings-Controller. Ich werde öfter mal einen Stream sehen, Leute. Ich glaube, das wird mein neuer Lieblings-Controller. Mit dem ich auf jeden Fall spielen werde. Und wie gesagt. Auch gerade zum Anpassen. Dass man nicht diese Ecken hat. Sondern man möchte gerne das runter haben. Finde ich cool. Achso. Und eine Sache, Leute. Ich hätte es jetzt fast vergessen. Was mit ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Diese Controller werden nie einen Stick-Drift haben. Hier ist es irgendwie verbaut, dass die Teile sich physisch nicht berühren. Auf der Seite. Ich zeige euch die gleich noch. Könnt ihr das ganz genau nachlesen. Ich kenne mich mit der Materie von den normalen Sticks nicht aus. Die Nintendo und ihren Joy-Cons. Nebenbei, Leute. Das ist so mal ein Joy-Con-Verhältnis. Aber diese Sticks können keinen Stick-Drift bekommen. Wie die früheren Controller auch nicht. Was sehr angenehm ist. Man muss sich keine Sorge machen. Dass sein Controller irgendwann mal einen Stick-Drift kriegt. Das finde ich, wie gesagt. Das ist ein großer Pluspunkt. Ich würde sagen. Jetzt switchen wir kurz auf die Seite. So, Leute. Und hier sind wir auf der Seite vom Wizard. Wie gesagt von Nixi. Hier kommt hier auch nochmal alle Informationen aufgelistet. Ihr könnt das so ganz nochmal durchgucken. Gibt auch nochmal das mit den Sticks erklärt. Zum Beispiel. Nie wieder Stick-Drift. Hier haben, wie gesagt. Die kurzen Tasten. Das haben wir alles da schon durch. Die Farben haben wir durch. Hier, wie gesagt. Dass man das tauschen kann. Man sieht jetzt gar nicht, wie das dann aussieht. Man kann die einfach rausnehmen. Die Sticks. Es gibt natürlich auch nicht nur den Wizard von Nixi nebenbei. Also, ja. Falls jetzt jemand nochmal nachgucken will. Die haben auch viele andere. Aber wie gesagt. Wir haben hier die Hyperion D-Controller. Den ich ja auch hier habe. Auch mit den ganzen Funktionen für Turbo. Wir haben auch zum Beispiel eine Tasche. Wo ihr die Switch reinpacken könnt. Locking Station. Feste Controller. Hier einen kompletten Reisekoffer. Es gibt wirklich richtig viele Sachen von Nixi heute. Wo es auf jeden Fall mal lohnt reinzuschauen. Und ja, Leute. Ich würde sagen. Das war's. Für alle, die ja auch sich mal einen Wizard dann holen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie ihr ihn findet. Ich feiere, wie gesagt. Das ist mein neuer Main-Controller. Weil einfach auch die Gamecube-Zeiten für mich waren. Gott, Leute. Geile Zeiten damals, ja. Mario Kart double der ich da komme. Einer rum hoch. Also. Wie gesagt. Ihr werdet ihn öfter in den Stream sehen. Ich sage. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut gerne vorbei. Wenn ihr Bock habt, euch Nixi-Controller zu bestellen. Schaut auf der Seite gerne vorbei. Wie gesagt. Mit dem Code SHARIO. Spart ihr auf jeden Fall 10% bei der Bestellung. Immer mit angeben. Und es kann sein, dass Controller mal ausverkauft sind. Ja. Es steht immer mit dabei. Ob die halt hier ausverkauft sind. Oder ob sie verfügbar sind, Leute. Wenn sie ausverkauft sind. Einen, den ihr haben wollt. Ihr könnt hier einfach. Im Prinzip. Whitelisting. Und dann wird einmal im Prinzip, wenn ihr euch anmeldet. Oder halt auch. Wie gesagt. Das könnt ihr eure E-Mail hinterlegen. Und dann bekommt ihr halt eine E-Mail. Und dann wisst ihr. Ah. Okay. Er ist jetzt verfügbar. Und dann könnt ihr ihn auf jeden Fall auch kaufen. Und wie gesagt. Beim Wizard ist es so. Dass ihr den aktuell vorbestellen könnt. Wird ja auch pre-order auf jeden Fall. Und ja. Leute. Dann würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Reißlich. 65 Euro. Ja doch. Wie gesagt. Hier kommt 10% drauf. Leute. Also nochmal 6 Euro gespart. Unter 60 Euro so gesehen. Einen Controller. Der richtig coole Funktionen hat. An alte Wipes erinnert. Und qualitativ auf jeden Fall top ist. Nebenbei noch eine Sache. Vielleicht zum Aufladen. Man kann sie einzeln aufladen. Ja. Wenn man das möchte. Aber sie laden sich auch auf. Wenn ihr sie einfach auf der. An der Switch dran habt. Wie ihr da andere Joy-Con auch laden. Die sich ganz normal mit auf. Also. Ihr müsst sie nicht einzeln laden. Ihr könnt das. Ja. Auch da gibt es natürlich auch von Nixi eine Ladestation. Wo man die reinstecken kann. Dann kann man die auch laden. Auch das würde funktionieren. Und ja Leute. Dann sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Und ciao.